Hey Leute, GMAX hier und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, liebe Freunde und damit willkommen zu einem Set-Review. Wir haben hier zwei wunderbare Sets von Rogue One, einmal die 75152, den Hovertank des Imperiums und einmal die 75171 Battle on Scarif. Ich habe sie mir letztens von Amazon bestellt, die sind gestern gekommen. Schauen wir uns erstmal die beiden Sets von vorne an. Wir haben hier auf jeden Fall drei Minifiguren, zwei Imperial Hovertank Pilots und den lieben She-Word Imwi. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Schwieriger Name auf jeden Fall. Wer ihn nicht kennt, das ist der Blinde aus Rogue One, quasi ein sehr machtverbundener Charakter, der allerdings kein Jedi oder irgendwie Machtnutzer ist, aber er ist wirklich ein sehr, sehr starker Kämpfer, kann man sagen. Ja, Hovertank ein ganz geiles Set, das ist sehr flach geraten, aber will ich mich nicht beschweren. Ich habe ihn mir ja gekauft, weil ich ihn gerne haben wollte, ist ja klar. Ich kaufe mir eigentlich auch generell nur Sets, die ich haben möchte. Ich bin jetzt niemand, der alles reviewt oder so. Ist ja auch generell mein erstes Review. Hier sehen wir die Hinterseite auf jeden Fall, ordentlich Funktionen am Start. Hier kann man beide Piloten reinsetzen, sehen wir schon mal. Hier kann man alles drehen und bewegen. Diese Shooter sind dabei, die Cannons. Haben eine Box hier mit den Kyber-Kristallen, die ja auf Jedi abgebaut wurden früher. Die Geschütze, die können wir um 90 Grad drehen. Sehr geil. Kommen wir zum nächsten Set und das ist Battle on Scarif. Wir haben hier eine Lande-Plattform. Natürlich könnten jetzt nicht unbedingt Schiffe hier drauf landen, weil dafür ist die Plattform wahrscheinlich etwas zu klein. Wir haben hier vier Minifiguren dabei. Erstmal richtig nice, die Scarif Stormtrooper. Ich wollte die unbedingt haben, weswegen ich mir auch dieses Set geholt habe. Und ich wollte halt nicht diese Commander mit dem blauen Arm. Ich wollte einfach ganz normale Scarif Stormtrooper und die sind hier halt enthalten. Deswegen ist das ganz nice. Hier haben wir Cassian Endor in seiner normalen Rebellen-Ausrüstung mit seiner Jacke. und Jyn Erse in ihrer imperialen Verkleidung. Hier nochmal mit diesem, ja, richtig coolen Helm, würde ich sagen. Und alles in allem schon mal ein sehr geiles Set. Wir sehen uns nochmal von hinten an. Hier schön die Lego-Palme am Start. Ja, hier sehen wir auch, es gibt hier gewisse Funktionen. Zum Beispiel diese Druckplatte sehen wir hier oben. Die kann auf jeden Fall diese Platten hervorheben, quasi als würde das explodieren. Und, was ich mega cool finde, erstmal, wir haben hier eine weitere Box für die Kyber-Kristalle. Und wir haben einfach den Todesstern-Plan hier. Den hat hier Cassian Endor am Start. Ich freue mich, die Sets aufzubauen und ich würde sagen, wir sehen uns dann später. So, und ihr seht, liebe Freunde, die Sets sind beide aufgebaut. Ich zeige euch jetzt die ganzen Funktionen der Sets vorab. Schauen wir allerdings erstmal in die Anleitung. Starten wir hier mit dem Imperial Hover Tank. Sind ein paar sehr interessante Baufunktionen dabei. Hier sehen wir Chirot EMV auf der ersten Seite. Ja, die Hover Tank Pilots, die gibt es später. Ganz einfache Bauschurte eigentlich hier zu sehen. Hier das Geschütz. Hat so ungefähr eine Stunde gedauert. Also, man kriegt das eigentlich schon locker hin. Hier auf der letzten Seite habt ihr nochmal die ganzen Teile. Wenn ihr die halt nachbestellen wollt, ist hier die Nummer. Ja, natürlich, da das Set auch etwas älter ist, gibt es hier sowieso noch die Werbung für das Skywalker-Spiel. Habe ich selbst schon gespielt. Das Bild ist ganz nice. Und hier natürlich noch Werbung für andere Sets. Hier Krenix Shuttle oder der ATSC von Rogue One. Auch sehr, sehr geile Sets von hier 2016 und 2017. Und hier nochmal, das ist eigentlich mein Highlight an der Anleitung. Ein wundervolles, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber halt eine Zusammenstellung. Ein Bild. Ja, hier auch nochmal KSO. Ach, ein wunderbares Bild einfach. Schöne Anleitung. Kann man machen. Hier, man kann auch schießen. So, kommen wir zum eigentlichen Set. Da starten wir hier mit den drei Minifiguren, die dabei waren. Erstmal hier zwei neue Figuren. Hovertank Pilots. Zwei sehr coole Stormtrooper-Figuren, muss ich sagen. Die Helme. Sehr, sehr geiles Helm-Design. Erinnert etwas an die Scaramtrooper. Hier oben auch nochmal die Luftfilter im Helm, damit halt kein Sand oder Schmutz reinkommt. Das könnt ihr auch bei Star Wars nachlesen. Ich habe mich da etwas informiert. Hier ist Bedruckung auf dem Torso, wie auf den Beinen auch. Quasi schwarze Bedruckung. Und hinten haben wir auch nochmal Bedruckung. Das ist quasi so ein kleiner Bombenrucksack oder was das ist. Wenn wir den Helm abnehmen, haben wir hier nochmal das Standard-Klon-Face. Also eigentlich nichts wirklich Spezielleres. Aber dennoch alles in allen. Sehr geile Minifigur. Kommen wir als nächstes zu Chirot Imwi. Eine sehr, sehr geile Minifigur, muss ich sagen. Ganz ehrlich, von allen Lego Star Wars Figuren, die ich jemals hatte in meinem Besitz, muss ich sagen, das ist die coolste. Sie ist wirklich sehr detailhaltig. Hier mit seinem Kampfstab vorne weg. Und hier hinten mit seiner mega fetten Armbrust, Leute. Wirklich sehr geile Waffen. Hier hat er ein, ja ich würde es, ein Umhang, ein Tuch um seine Beine. Sieht auch sehr, sehr stylisch aus. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Auf jeden Fall sehr, sehr geiles Ding. Wir haben hier Bedruckung auf dem Torso. Auf den Beinen haben wir keine Bedruckung. Und hinten ein bisschen Bedruckung für die Gürtelschnalle quasi, wo seine Armbrust dran befestigt ist. Ihr seht, er hat zwei Gesichter. Wir können hier zu einem ernsten Gesicht und zu einem eher freundlichen Gesicht wechseln. Was ganz nice ist. Also Chirot Imwi ist generell eine sehr geile Minifigur. Ich habe den hier auch auf eine kleine Plate gestellt. Die war nicht im Set enthalten. Aber ich habe ihn einfach mal draufgestellt. Erstmal, weil er eine geile Figur ist, die einfach hervorsticht. Und ja, wenn man ihn jetzt so aufstellen würde, würde er leichter umfallen. Weil hier einfach so viel Gewicht hinten und vorne ist. Und das gleicht manchmal nicht wirklich aus. Deswegen würde er entweder nach hinten oder nach vorne fallen. Deswegen habe ich das so gelöst. Kommen wir zum Hover Tank selbst. Hier haben wir einige sehr coole Funktionen drin. Wir haben hier zwei Geschütze. Die kann man komplett um 360 Grad drehen, Leute. Auch nach unten komplett drehbar. Weil ich es sehr, sehr nice finde. Ein sehr, sehr flaches Design definitiv. Ein sehr, sehr flacher Panzer, muss ich sagen. Aber ganz ehrlich, unterschätzt die nicht. Er hat wirklich sehr, sehr coole Spielfunktionen. Hier erstmal eine Klappe für den Piloten vorne. Da passen auch zwei Stück rein. Hier vorne seht ihr die Pläts. Und da hinten für die Füße quasi. Hier oben haben wir eine Klappe mit einem Gewehr drauf. Die können wir auch aufmachen. Ja. Einziges eigentlich, was ich bemängeln muss an dem Set ist, dass wir nicht hier die Klappe öffnen können. Weil es sieht ja wirklich blöd aus, wenn wir jetzt den Piloten hier quasi, wir können ihn ja quasi nur raufstellen. Oder wir machen hier auf und stellen ihn hier rein. Aber das sieht ja eigentlich total blöd aus. Deswegen finde ich es etwas schade, dass wir das so geregelt haben, dass man nicht einfach hier die runde Klappe öffnen kann. Hier haben wir eine Kiste mit den Küberkristallen, die auf der da abgebaut wurden. Sehr schönes Detail. Ich finde, ohne diese Kiste, wir nehmen die mal ganz kurz ab. So, ganz leicht. Ohne diese Kiste sieht der Panzer wiederum etwas langweiliger aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Kiste macht schon einen Unterschied. Die Kiste können wir natürlich aufmachen. Da haben wir ein Fernglas drin, das die Stormtrooper benutzen können. Ganz nice. So, packen wir wieder hier drauf. Jetzt zur letzten Funktion, nämlich das Geschütz. Die Shooter, die wir vorhin auch bei der Anleitung gesehen haben. Und dann drehen wir hier an diesem Rad, liebe Freunde. Und bam. Das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Bam. Ich muss sagen, das ist die coolste Schussfunktion, weil wir hatten sonst immer so, dass man hier drunter greifen muss und irgendwo klickt. Und dann schießt es die Dinger raus. Aber hier haben wir einfach ein Rad. Das muss ich sagen, das Set hat die coolste Schussfunktion, die ich bisher kennengelernt habe. Und ja Leute, das wäre es von der 75152, dem Hover Tank der Imperialen. Dann kommen wir weiter zum Battle on Scarif. Erstmal natürlich wieder die Anleitung, liebe Freunde. Auch hier sehr schöne Bauschritte. Drei an der Zahl. Hier entwickelt sich erstmal so die Basis, also die Luke, wo man rauskommt. Und dann beim letzten Schritt eigentlich nur noch den Sand, diesen Sandstein vorne dran an den Seiten. Und ja, dann hat man das auch schon. Hier sehen wir auch die schöne Luke. Ja, ein ganz schönes Set, muss ich sagen. Aber einige Aufkleber dabei, wie man sieht. So, hier auf den letzten Seiten wieder ein bisschen Werbung für Skywalker-Spiel und Google Play an der Stelle. Und hier die ganzen Minifiguren aus den anderen Sets. Hier haben wir die Phantom. Ein interessantes Set, aber ich finde es ein bisschen langweilig, weil es auch so klein ist. Ein paar schöne Battle Packs hier am Start. Darth Maul gegen Obi-Wan und Qui-Gon. Ja, muss man sagen, eine wirklich sehr, sehr geile Star Wars Reihe. Wie gesagt, gefällt mir mega, mega gut. Und das wär's dann eigentlich auch von der Anleitung. Die hat ja auch einige Funktionen drin, aber die sehen wir uns ja sowieso an. Kommen wir erst zu den Minifiguren. Hier haben wir eine Jyn Erso in ihrer imperialen Verkleidung. Kann man quasi die Haare abnehmen. Und dann haben wir hier wieder zwei unterschiedliche Gesichter. Bedrohung auf dem Torso und auf den Beinen, sowie am Rücken. Sehr, sehr cooles Detail auf jeden Fall. Hier halt das lächelnde Gesicht und eine, die für den Kampf bereit ist. Wir können ja auch den Helm aufsetzen. Dann ist sie quasi einfach eine ganz normale Schocktrooperin oder Pilotin an der Stelle. Und ja, also man könnte auch Jyn Erso einfach vergessen. Und dann hätte man eine sehr coole imperiale Arbeiter- oder Technikerfigur. Was ich auch sehr, 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 sehr cool finde. Aber generell insgesamt eine sehr, sehr coole Jyn Erso-Figur. Finde ich cool, dass ich die jetzt hab. Kommen wir zur nächsten Figur. Hier haben wir Kästchen Endo in seiner ganz normalen Rebellenkleidung. Mit Bedruckung auf dem Torso und den Beinen, sowie ein bisschen Rücken, wo wir halt, wo wir halt die Nähte der Jacke sehen, die er trägt. Eine sehr, sehr coole Minifigur. Er hat hier einen Metallic Blaster bekommen. Schöner Schnurrbart, sag ich einfach an der Stelle mal. Ja, wirklich sehr, sehr cooles Aussehen. Er hat hier auch zwei verschiedene Gesichter, obwohl ich sagen muss, der einzige Unterschied an den beiden Gesichtern ist einfach dieses kleine, gehobene Lächeln. Und der Schnauzbart ist etwas abgesenkter. Ja, alles in allem aber eine sehr, sehr coole Minifigur. Kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Highlight des Sets. Den Scarif-Tubern. Und zwar hier die ganz normalen. Ihr kennt es ja, wir haben ja eigentlich nur die Commander in irgendwelchen Sets oder Polypacks enthalten. Hier in diesen Sets, ich glaube als einziges, sind die ganz normalen Scarif-Tubern enthalten. Was ich übelst nice finde, Leute. Wir haben zwei an der Zahl, was einfach, ja, man hätte auch drei reintun können. Vielleicht noch einen Commander oder so, weil es ein ganz nices Battle-Set ist irgendwie. So eine Schlacht halt. So eine Ebene. Aber ich finde es vollkommen okay, dass wir hier zwei Stück drin haben. Eine sehr, sehr coole Bedruckung auf dem Torso, auf den Beinen und auf dem Rücken. Hier haben wir ein kleines Gürtelteil quasi mit Munitionstaschen. Hier natürlich auch, wie bei den Hover-Tank-Pilots, hier die Luftfilter enthalten, damit kein Sand oder Dreck in die Atemwege kommt. Und hier oben haben wir nochmal ein kleines orangenes Zeichen dieser speziellen Einheit, die ja an Küsten und Stränden oft unterwegs ist. Die haben ja einen zusammengesetzten Blast bekommen. Wenn der einem nicht gefällt, kann man den allerdings auch einfach austauschen. Die haben jetzt auch nichts Spezielles gekriegt. Die haben jetzt auch das Standard-Clone-Face, wie bei den Pilots. Finde ich aber vollkommen in Ordnung. Kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Set Battle on Scarif. Ein vom Äußeren, ein wirklich super aussehendes Set, muss ich sagen. Man hat selten solche quasi Battle-Flächen, so einfach Schlagzehen. Ich finde das manchmal viel, viel cooler als solche Fahrzeuge, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier haben wir erstmal ein paar Palmen, Sandstrände, schön gebaut. Hier haben wir quasi eine Schaltfläche, die können wir ausfahren. Hier hätten wir ein paar Waffen versteckt, auch eine Granate, finde ich cool. Ich glaube, das war, wenn ich sogar das erste Set, wo die damals die Granaten reingepackt haben. Die können wir auch wieder reinschieben, dann sieht es aus wie vorher. Hier haben wir auch eine Kiste mit Kyber-Kristallen drin von Jedha. Die wurden hier quasi hingeschafft zur Kommando-Base auf Scarif. Im Vergleich zum Hover-Tank braucht man hier ein paar Aufkleber. Also da müsst ihr euch schon zusammenreißen, damit ihr es nicht verkackt. Aber ich habe das hier eigentlich ganz gut gemacht. Wir sind hier an der Seite nicht so krass, aber ist okay. Hier haben wir eine kleine Funktion, die möchte ich erstmal zeigen. Dafür stellen wir erstmal hier jemanden drauf. Hier haben wir eine kleine Druckfläche, liebe Freunde, da müsst ihr einmal draufdrücken und dann fällt die Platte nämlich ab. Und ihr könnt quasi so eine Explosion vortäuschen, wie es hier auf dieser Verpackung auch zu sehen ist. Finde ich eine ganz schöne Funktion. Hätte man auch weglassen können, aber so ist hier noch ein bisschen mehr Action und Bewegung drin. Also finde ich ganz nice. Kommen wir eigentlich zur letzten Funktion. Hier könnt ihr nochmal diese Antenne oder diesen Funkmast einklappen. Und dann könnt ihr hier unten an der Seite ein bisschen rausziehen und damit das Tor öffnen. Könnt ihr auch so weit öffnen, das gleiche auch auf der anderen Seite. Und dann habt ihr hier einen Durchgang. Den könnt ihr auch ganz einfach wieder schließen. So. Alles in allem gefallen mir die beiden Sets ziemlich gut. Rogue One ist einer meiner liebsten Star Wars Filme. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, unbedingt abchecken. Es ist ein sehr, sehr klasse Film. Er spielt zwischen Film 3 und Film 4. Da geht es quasi darum, wie der Torstein erschaffen wurde. Alles in allem kann ich dieses Set auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich weiß zwar nicht, wofür diese Dinge hier sind. Da müssen wir eigentlich was dranklemmen. Aber wir hatten in dem Set jetzt nichts bekommen, was man da irgendwie ranklemmen könnte in irgendeiner Art. Von daher ist das okay. Auf jeden Fall gefällt mir das Set sehr, sehr gut. Und ich bin zufrieden. Auf jeden Fall wäre es das fürs heutige Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war auch mein erstes Review. Hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas mal mache. Ich werde das auch nicht aktiv machen. Ja, ich werde es halt mal machen, wenn ich mir vielleicht neue Sets bestelle, irgendwie kaufe. Und dann Lust habe, die ein bisschen zu zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir beenden das Video an der Stelle. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein, euer GMAX. Bis dann.